Und sie hat einen Höhepunkt im Herbst vergangenen Jahres. Sie ist die zweite Athletin der Welt, die verheiratet ist. Neben Tatjana Ogrisco heiratete sie im Herbst vergangenen Jahres ihren Mischa. Und da haben wir zwei Athletinnen der Superklasse im Ehehafen. Und das ist ungewöhnlich. Nach einer Operation im Januar, jetzt wie gesagt, erster Wettkampf. Und achten Sie bei ihr, wie immer, auf Ihre super Beweglichkeit. Sie ragt aus den Grazi mit diesen enormen Freiheitsgraden noch einmal ein wenig heraus, eine besondere Begabung. Untertitelung des ZDF, 2020